Hey Leute, willkommen zurück zu einem weiteren FIFA-Video. Übrigens, ich spiele das Spiel nur, damit ich Videos machen kann, bis Black Ops 6 rauskommt. Ja, wir spielen wieder ein Ründchen, aber diesmal nicht die UEFA-EM, sondern wir spielen einfach ein klassisches Auswärtsspiel, und zwar Union Berlin gegen Dortmund. Wundert euch nicht, warum ich Union Berlin genommen habe? Ich habe es nur wegen dem Aussehen des Icons genommen, weil es sieht ein bisschen aus wie ein Ferrari. Und nochmal zur Klarstellung, ich bin kein Fan von irgendeinem Team. Also ich spiele einfach nur Fußball, weil ich es mag. Also hier in dem Game, in echt wahrscheinlich eher nicht so, aber ja, hier macht es eigentlich echt Spaß. So, ja, die können schwarz bleiben, wir bleiben rot. So ist ja auch, glaube ich, die normale Farbe, die normale Trikotfarbe. Wir machen Profi, oder machen wir Halbprofi? Ich weiß nicht, Profi war, nee, wir machen Halbprofi, weil Profi wurde ich ein bisschen krass fertig gemacht. Wir machen es 10 Minuten, nicht geringes Tempo, sondern Standard, so ist besser. Ähm, vielleicht nochmal die Sounds, äh, Sounds ein bisschen leiser stellen. Oh, da sind sie, jawoll, das ganze Stadion voll. Ich weiß, welches, welches Stadion ist das nochmal? Okay, es geht los. Union Berlin gegen Dortmund. Ui, da rennen sie alle schon los. Ich habe gar nicht aufgepasst. Oh, wir haben schon den Ball. So, hier rüber zu Trosta. Keine Ahnung, wer das ist. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Das ist diesmal schwerer als letztes Mal bei der UEFA. Aber ich lege mir trotzdem jeden Ball. Ich kenne auch ein paar Techniken. Ja, okay, die konnte ich aber gerade nicht zeigen. Schieß doch. Hä, was war das? Ach so. Stimmt, Anstoß. Ich merke bei mir meine Fußballerfahrung. Oh, das wird gefährlich. Ah, nee, 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 nicht mit uns. Nicht zu weit schießen. Aber wie die hier schon rangehen, das kippt mir ja schon echt auf den Sack hier. Okay. Der Torwart macht sich bereit. Rono, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, macht einen schönen Feinschuss. Gut, bitte treffen, treffen, treffen. Ja, aber nicht zu den Gegnern, ihr Idioten. Gut. Gut gemacht. Gut verteidigt. So, schön hinter und her passen. Man kann nämlich mit Dreiecks so einen kleinen Pass machen. Wir machen hier so ein bisschen hin und her und... Ah, fast. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Ja, komm, jetzt habe ich. Ich mache das besser. Keine Sorge. Jungs, rein da, rein. Oh, ja, 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 das machen die da gut. Schön. Schlager-Zweiger. Ah, jetzt haben sie es wieder geklaut, einer. Es ist ja ein hin und her hier. Ich glaube, da müssen wir gleich mit der Grätsche reingehen. Ja, nee, wieso? Das war zu hart, gibt Freistoß. Ja, Freistoß. Hoffentlich keine gelbe Karte. Das ist, glaube ich, auch nur eine Verwarnung. Die Karten in der Tasche. Bushi, reicht deine Verwarnung da, deiner Meinung nach? Da gibt es sicher viele, die sagen, gerade in so einer Anfangsphase, da musst du durchgreifen. Macht sie hier nicht. Der Typ war aber ein bisschen zu aggressiv da. Göbel jetzt hier am Start. BVB, die machen wir so fertig. Jetzt steht es doch 0 zu 0. Doch das machen wir gleich weg. Machen wir gleich ein schönes Tor. Oh, oder die machen gleich ein Tor, wenn ich nicht aufpasse. Leute, reingehen. Gut, 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 gut. Oh, meine Jungs hier. Und die Jungen kann hier doch was. So, schön hin und her passen. Jawohl, jawohl. Da, da. Erst mal so ein bisschen hin und her. Jetzt schön ein Weitschuss. Und jetzt komm rein da. Gut gemacht. Der macht uns erstmal raus. Der Torwart ist gut. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er einen Ball. Ja, die haben einen richtig guten Torwart. Die waren natürlich sensationell. Also, wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn, wie die diesen Ball hält. Weil unsere Teammates, die machen... Ach, Digga. Was für ein Wecksnacker. Habt ihr das gerade gesehen? Ekelhaft, wie die den weggesnackt haben. Ja, wird hier gut unterstützt. Ja, ja, schön reingegangen. Ja, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Fogt. Fogt hat das gut gemacht. Haber. Habere. Oh Mann, ich spreche das bestimmt, kommt dann falsch aus. Ja, ja, ja. Jetzt vor, 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 vor. Hassen. Na. Da. Die wollen aber auch. Das ist ja viel schwieriger als vorhin bei der UEFA. Aber okay, da haben wir gegen Ungarn gespielt. Ungarn, da ist ja auch ein bisschen einfacher. Hier gegen Dortmund. Da haben sie jetzt einige Optionen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger. So, jetzt hier. Mann, lass mich doch mal passen, Idiot. Ja, hier, die wollen auf Taktik machen. Das wird gleich nichts mehr. Kann nicht einer bitte reingehen? Schöne Parade. Guter Torwart. Ronau. Bitte hatet mich nicht, nur weil ich die Scheiße nicht aussprechen kann. Ja, hier. Lukas Tussar. Torsat. Schieß rüber. Ach, meine Fresse. Aber auch keiner dort. Früh wird da jetzt gestört. Gut gemacht. So, fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Das Wichtigste ist nur, dass die kein Tor machen. Sonst sind wir hier geliefert. Sie suchen die Lücke. Und sie verlieren den Ball dann. Oh, das war eine gute Grätsche. Aber die haben sie jetzt schnell wieder verteidigt. Komm, komm, greif doch bitte an. Fred Tressen. Oder Fertessen. Weg ist der Ball. Klasse Aktion. So. Oh, die spielen dieses Union. Lied. Ist das nicht deren Hymne? Das ist glaube ich deren Hymne. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt greif doch an, meine Fresse. Alter. Da kriegst du kotzen. Da wird der Trainer gleich aggressiv. Der Trainer kommt gleich aufs Stadion. Der kommt gleich hier rauf und schießt dann selber ein Tor. So scheiße sind die. Hey, Leute, das ist nur ein Scherz. Nicht wippen werden. Nur weil ich so scheiße bin. Aber das ist doch die Union-Hymne, oder? Wenn ich nicht zu blöd bin. Leute, geht doch da bitte rein. So viel Platz bei diesem Dribbling. Ungefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Auf den ist Verlass. Da geht der Ball zum Gegner. Da braucht man sich keine Angst haben, dass die ein Tor machen. Denn der Renault verteidigt das so gut. Ey, ich will doch einmal schießen. Aber dann kommen die Dortmunder und klauen mir das. Sie haben den Ball verloren. Bro. Alter, chill doch mal. Ich will nur kurz mal entspannen. Komm, Leute. Formation. Gut so. Ey, wo schießt er denn hin? Auch da verlieren sie wieder den Ball. Geht vorbei. Oh, Grätsche. Jawohl. Das muss Freistoß geben. Klare Entscheidung. Bitte keine gelbe Karte. Bitte keine gelbe Karte. Bitte. Sonst verliere ich hier noch einen Spieler. Nee, keine gelbe Karte. Also, das sieht auf jeden Fall so aus. Zurücktreten. Jetzt kommt... Jetzt wird da jetzt eine Linie gemacht. Da soll er nicht stehen. Okay, Leute. Schön eine Mauer bilden. Bleibt in der Mauer. Gut. Gut. Perfekt. Ich bin froh, dass wir einfach keine gelbe Karte bekommen haben. für den Scheiß. Aber das wäre jetzt echt bitter gewesen. Aber wenn ich da so weitermache, dann kriege ich hier noch eine gelbe Karte. Ey, Göbel. Boah, Göbel. Ich verprügel den danach. Ja. Gut so. Und schon wieder komme ich hier nicht durch. Schon wieder stehen alle im Weg. Aber es bleibt spannend. Leute, Formation bilden. Oder gleich den Ball fangen. So ist schön. Ja, 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 ja. Kurz hier rüber passen. Der Pass kommt nicht an. War nicht präzise genug. Wird es Einwurf geben. Einwurf für uns. Schicken wir den Trimmel. Der Trimmel gibt dann Vollland. Und dann... Oder, ne, Khedira. Khedira, genau. Ach, der wird so ausgesprochen. Ich wollte keine Gräte machen. Ich habe eindeutig X gedrückt. Aber okay. Naja, dann nicht spiel. Hallo. Okay, Freistoß. Okay, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Oh, das könnte... Ja, das könnte wirklich eine Karte geben. Was der da abgezogen hat, war jetzt nicht so gründlich. Jungs, jetzt muss hier mal ein Tor rein. Ey. Ich gucke kurz mal nicht hin. Und dann klaut mir jemand wieder meinen Ball. Schönes, schönes Duell. Schön. Dann schießen wir mal so ein Weiz. Genau, mit der Brust abfangen. Aber... Dann schicken wir so ein Weiz. Und dann schicken wir so ein Weiz. Und dann entschieden wir uns jetzt jetzt vor. Und dann brauchen wir uns zu überzeugen. Dann zieh er ab. Oh, nein, das war so knapp. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Bei dieser Szene, das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird sie ärgern. Ja, gut, abgefallen. Ja, gut, abgefallen. Der nächste Angriff. Sie versuchen es weiter. Über annehmen. Nein. Okay, ich muss es selber machen. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert. Ja, das hätte ich auch gewundert, wenn der getroffen wäre. Der Winkel einfach zu spitz. Da war ich wieder zu weit im Außen. Muss ich zugeben. Gut, Torwart hat Anschluss. Ostritz. Ich kann nicht mal den Namen aussprechen von dem Torwart. Ja, war ich schön mitgenommen. Ah, aber die haben noch einen Kollegen. Gutes Pressing. Ja, mitgenommen den Ball hier. Nun, vor allem. Onion Berlin. War es richtig? Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Nein, der war so geil gewesen. Schön geklärt. Ja, kurz umgefallen. Macht nichts. Einfach weitermachen. Druck und auch die Fans machen sich lautstark bemerkbar. Gute Phase jetzt. Jetzt schieß doch. Den kann er blocken. Sah gefährlich aus. Der sah übel. Gefährlich aus. Nimm ihn mit. Genau. Gut so. Ey. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Verwarnung an Dortmund. Das war nicht regelkonform. Viertelstunde ziemlich überlegen, wenn wir uns die Ballbesitz-Statistik ansehen. Und man spürt angesichts der vielen Chancen, dass sie hier durchaus in Führung gehen können. Sie müssen nur vor dem Tor energischer sein. Oh, warte. Ich könnte jetzt einen guten Schuss machen, wenn ich das richtig mache. Wir machen einen Herpe-Pass. Wenn man schön hart. Nicht zu hart. Er kann gehen. Aber die Dortmunder passen auch auf. Trotzdem snag ich mir hier mal den Ball mit. Na, scheiße. Hab ich wieder nicht mitgedacht. Kurz mal hier ran. Oh, Ballverlust. Ja. Ja, so blöd ist überhaupt nicht. Haberer. Ah, verdammt nochmal. Ich hätte keinen Dreieck-Pass machen sollen. Digga. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Hm. Haben schon wieder einen Kollegen von mir umgefallen. Können nichts. Frühes Pressing. Sofort ist der Druck da. Und jetzt haben sie den Ball. Kurz nach oben feiern. Ah. Haben sie mitgekommen. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Leute, randa. Randa. Boah. Boah. Jawohl. Schön einkesselt. Starker arbeitet. Gut mitgenommen den Ball. Ah. Nur eine Minute ist schon wieder Halbzeit. Dann ist hier Schluss. Ja, noch nicht Schluss. Halbzeit nur. Ich will hier einen Kommentator von mir. Leute, randa, randa. Formation bilden. Oder so. Machen wir mal kurz einen Weiten. Okay. Halbzeit. Der erste Durchgang ist vorbei. Boah. Bisher noch von keiner Seite was. Aber wir haben schon mal. Von ihm kommt bisher zu wenig. Das muss man so sagen. Ja, nicht viel los. Von ihm kommt heute definitiv zu wenig. Er kommt nicht in die richtige Schussposition. Stattdessen muss da mehr abliefern. Generell. Union, die müssten da mehr reingehen. Die waren schon nicht schlecht. Aber das reicht noch nicht so ganz. Dortmund kann da vielleicht in der nächsten Phase mehr machen. Wenn wir uns da nicht anstrengen. Okay. Finale. Wir haben den Ball. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe. Unentschieden bisher. Alles ausgeglichen. Ja, wieder nicht dran gewesen. Boah, der Typ regt mich auf. Ich feuer den gleich. Das ist Kevin Vorland. Werdessen. Jetzt musst du gut machen. Jetzt ist der Platz da. Na, der Torwart. Gibt's das denn? Kein Tor. Der Torwart hat mitbekommen. Aber das war zu schwach. Der Torwart hat es mitbekommen. Kurz Deutsch wieder lernen. Jetzt hier ran. Da genau so will ich das sehen. Ja. Dortmund wollte da gegenhalten. Drehblick. Voll ans. Pass wird abgefangen. Jetzt die Chance zum Führungstor. Scheiße. Da haben sie gut mitgemacht. Jetzt bekommen sie den Freistoß. Freistoß. Jungs, ran. Jawohl. Gut, schön weiter passen, Jungs. Erst stand der Weg. Na, super. Wir sind jetzt erstmal abgegeben. Warum sind die Leute auch immer solche Schränke, ey? Kommen wir gar nicht durch. Schon wieder. Gut, 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 gut. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen sie. Wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Ganz energischer Einsatz. Ah, da wollte ich halt reinsliden. Ging aber nicht so gut. Gut, dass die Union-Fans da mitgemacht haben. Da ist der Ball hier erstmal weg. Ey. Hä? Der war doch aus. Der war eindeutig aus. Das hat man gesehen. Ach, na super. Schiedsrichter spielt wieder gegen uns. Ohne Aufhalsarm. Keine gute Hereingabe. Ballverlust. Muss er besser machen. Ecke. Ecke für die. Oh, Ecke könnte jetzt sehr böse sein bei uns. Da müssen wir jetzt schön aufpassen. Schön nach hinten gehen, Jungs. Und dass sie hier so stehen. Jawohl. Guter Tor, Mann. Warte, jetzt muss ich rüber schießen. Jetzt wieder zu ihn. Jetzt zu ihn. Schießt. Nein. Och, Mann. Warte, der Scheiße. Der hätte so reingehen sollen. Na. Oh, ich brich gleich hier in drei Teile. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt. Nimm ihn doch. Schussversuch. Gut. Klasse gemacht. Stark geblockt. Vorland. Da haben sie wieder. Der Ballgewinn durch Union Berlin. War knappe Nummer hier, aber das war abseits. Abseits, Digga. Ach, meine Güte. Der passt aber auch manchmal nicht auf. Naja. Zum Glück ist es ja noch die Schiedsrichter. Ich glaube, hier sind mehr Union Fans. Er holt sich den Ball. Ja, okay. Das ist ja auch das Heimspiel, ich Idiot. Das merke ich als Hitze. Ja, ja. Er geht solo. Er geht solo. Nein. Solo war doch nicht so gut. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Junge, Junge, Junge. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Irgendeine Werbung spielt hier gerade im Hintergrund. Das geht jetzt schon auf den Sack. Super Aktion. Lenkt mich ab. Das ist die Balleroberung. Macht die Werbung aus. Ich kann nicht mal kurz hier rumlaufen. Alle gleich hier. Balleroberung. Geht weg. Tritt ihn. Ja, so nämlich. Aber ein bisschen härter. Ja, na endlich. Nicht nach hinten passen. Ah, Ballverlust. Boah, ich konnte nicht mal ziehen. Ja, trotzdem haben wir jetzt wieder den Ball. Junge. Boah, ich würde irgendwann gleich jemanden hier verprühen. Das ist doch nicht wahr. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Das war nicht regelkonform. Hä? Ja, okay. Ich hab's erwischt. Mann, wo schießt du denn hin? Boah. Sie können den Pass unterbinden. Ist dein Fuß eingeschlafen. Ja, gut so. Ja, mitgenommen. Jetzt renn vor, 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 vor. Ich gebe alles. Weiter gefährlich. Ja, ja, ja. Das war wichtig, dass sie danach setzen, dass sie es nochmal versuchen. Im Nachschuss das Tor. Scheiße. Meine Kamera, äh, meine, meine Brille. Jawohl. Jawohl. Oh, Alter. Boah, die Dortmunder machen es auch nicht leicht. Richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden. Und das ist eben gefährlich. Nächste Chance. Hier, Torsat, oder wie er heißt. Torsat. Er hat das gut gemacht. Richtig gut. Aufgepasst. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jawohl. Komm, machen wir nochmal ein 2-0. Das wäre geil. Ah, mitgenommen. Die kleinen Spackos, die machen wir jetzt fertig. BVB kann nichts. Uh, der kann auswerden. Das gibt einen Wurf. Aber nicht von uns. Hä? Digga, der hat die noch gerade reingeworfen ins Aus. Naja. Patrick Göbel. Ich schicke hier gar nichts mehr. Patrick. Da muss er hin und holt sich den Ball. Schönen Ball weggesnackt von Patrick. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Anspielstationen werden da. Machen sie sehr gut. Vollert. Gute Chance jetzt. Den Hälter. Ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Ja, da kann sich noch sehr viel entwickeln. Nämlich ein Traumspiel. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ja. Mit dem Tor sind Sie nur mit zwei in vorne. So sehe ich das. Onion. Wer dessen hat es gut gemacht. Fast noch gehalten, aber der Ball geht doch ins Tor. Der war durchaus glücklich, dass der reingeht. Guck dir perfekt. Oh. Durch die Beine. Oh, wie smooth einfach. Onion. Onion. Hier steht es 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sieht gut aus für Onion. Genau. Würde ich auch sagen. Noch 20 Minuten. Also hier ist doch richtig Zeit hier. Aber Leute. Das ist gar nicht ungefährlich. Ah, ein guter Tor. Der Ball ist erstmal aus. 10 Minuten noch. So. Weiter geht's. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Die machen das gut, machen das clever. Was für Gastgeber? Wir sind Heimspieler. Gearbeitet haben sie sich, besser gesagt, erspielt. Und das ist aus meiner Sicht eine wirklich verdiente Führung. Jetzt können Sie den Angriff starten. Okay. Ganz alleine die Schuhe. Aber jetzt Reiner. Gehalten. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Yannick Haberer. Er kann es machen. Den muss er hier machen. Jawohl. Und den Ball macht er natürlich. Keine große Aufgabe mehr. Ich dachte am Anfang, das wäre schwerer. Mann, ich dachte, Halbprofi wäre gut für mich. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, das ist natürlich leicht. Niemand da ist offen. Das ist kein Problem. Easy. Mein Team ist halt einfach das Beste. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Okay, wir sind wieder vorne. Jungs, snack den Ball. Nicht mit mir. Ich halte mich nicht von diesen BVB-Fans auf. Gute Chance jetzt. Da ist die Chance. Da geht er hin und kann den Schuss abfahren. Oh, bei dessen nicht so, nicht so, äh, sauer sein. Wird noch was. Trimmel. Trimmel ist bereit. Wir machen mal ein bisschen weiter außen, damit wir schön, ähm, zu den anderen schießen können. Und dann machen die die Arbeit. Obwohl, jetzt ist es eh gleich wieder vorbei. Er zieht vorbei. Das muss es fast sein. Noch ist die Chance da. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Drin ist er. Aber vor dem Tor war jemand im Abseits. War nicht zu übersehen. Die Fahne ging auch super hoch. Klare Entscheidung zählt nicht. Ja, okay. Von dort aus kannst du ja auch nicht schießen. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Da darf man nicht schießen, ne? Das tut mir leid. Sorry, sorry, sorry. Ja, Onion. Äh, wo will ich denn lang? Ich wollte gerade nach rechts. Oder ist ja das Gegnerische Team? Ja, Ballverlust. Also unser Team, eher gesagt. Oh, Jungs, es geht doch rein. Formation bilden, Jungs. Ja, so ist gut. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob Sie den nutzen können. Wir haben noch zwei Minuten. Und Nachspielzeit. Kein Grund zum Aufatmen. Weiter geht. Weiter gefährlich. War dann doch zu halbherzig. Ich wollte da reingehen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ja, soll mal aus dem Weg gehen, ey. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Wir merken uns halb Profi wohl doch nicht mehr so schwer. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Haut rein. Tschüss, tschau. Bis zum nächsten Mal. kind of Bis zum nächsten Mal.